Musik Oh, da ist direkt ein Spieler. Wie geil. Hallo. Das ging ja einfach diesmal. Hallo, die gepoppt. Ui, auch weg. He he. Noch einer hier? Nein. Nein, nein. Keine... Na, den verzieht mich erstmal wieder. Das ging aber schnell mit euch beiden Buben. Ui. Mr. Bluebite. Schön, dass sie mich einladen zu ihrem Abholungs... Mensch. Zu ihrer Abholstation. Ja, komm. Wo bist du, mein Freund? Scan verrät mir, wo du bist. Ui. Wo du auch nicht bist. Gut. Das war nicht Mr. Bluebite. Da ist eine Pumpe. Wo ist Mr. Bluebite? Ja, lass mich mal in Ruhe hier gerade. Ich such doch noch jemanden. Da draußen ist was. Und wieder weg. Dieses Bluten, ne? Das nervt ein bisschen. Ich renne mal hier an der Seite wieder hoch. Na, hier ist wieder keiner. Oh, ganz viele NPCs. Ich renne wieder runter. Hallo. Ihr werdet mir zu blöd da. Ich hab keinen Bock gegen 5000 Mobs zu kämpfen. Ich bin wegen des Spielers hier. Oh, das klingt doch nach einem Spieler. Oh, ein paar sogar. Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Wie sieht man aus, die es verdient hat? Wie sieht man aus, die es verdient hat? da kommt mehr hier. Ja, na komme ich hier. Jetzt wird's aber langsam, jetzt wird's behindert hier. Ah ja, wie viel hast du denn? Das ist doch scheiße. Ach, das ist doch kacke. Scheiße. Mann. Ja, aber euch krieg ich doch nochmal, oder? Weint ihr alleine rum? Ne, wir zerrückt komplett. Sedich. Was ist denn hier los? Ich krieg die Leute nicht mehr down, ne? Ach, genau. Und das Spiel geht aus. Ich krieg einen zu viel, Leute. Es ist einfach nicht normal. Ich raste aus. Dieses Division-Fick-Scheiß hier. Was soll denn der Fick? Jetzt steh ich da oben wie so ein blöder, behinderter Bastard. Sorry, Leute. Ich hab mich wieder unter Kontrolle. Da geht man laden. Uuuuh. Uuuuh. Zweimal Smart Cowder. Das kann nur eine Vierergruppe sein. Scheiße. Naja, aber wir werden da zumindest mal gucken, ne? Wir werden mal gucken. Wir werden mal die Treppen hochlaufen und lukilukilu. Boah, das klingt doch schon wieder nach. Aber das klingt doch schon wieder nach. Aber dann nicht mal gucken, scheiße. Oh Mann, ich könnte einfach nicht mehr... Aber dann bin ich hoch. Und die der einen Chmac بع overdone. Und dann bin ich wieder Da. Oh Mann. Aber nicht mal sehen wir nicht mehr an der Lube. Also gesehen version noch nicht wieder nach. Okay. Wo kommt der denn jetzt her? Uh, weg. Man muss auch mal die Flucht antreten, meine Freunde. Man muss auch mal die Flucht antreten. Uh, ob die Flucht so richtig ist, weiß ich auch nicht. Juhu, das waren auf einmal zu viele. Ich dachte, da sind plus drei. Jetzt geben sie nochmal ab. Ah. Ah, wo muss ich denn in den Untergrund gehen, um die Spieler zu finden, oder was? Oh, warte. Einmal kurz auffüllen. So, meine Freunde. Ich, äh, so leid es mir tut. Ich muss mal kurz gucken, wo ihr seid. Da oben, glaub ich. Und du? Jetzt rennt der weg. Warum denn? Nicht Ulti poppen und wegrennen. Ich hab auch ne Ulti, aber das macht keinen Sinn. Was machst denn du jetzt? Ach so ist das. Das ist ja ne ganz, ganz famose Idee. Was war das denn? So schnell kommt dein Freund auch wieder nicht. Oho, ne MP7. Ich muss mir die mal kurz angucken. Ne 204er. Ach, komm schon. Oho. Rooks. 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 Auffüllen und schon hab ich ge- Rooks. Oh, god. Oh, you're so funny, guys. Oh, yeah. Stop camping, kitties. Go, manhunt on the real way. Oh. Fuck you, bitch. Go and play real, buddy. Affenkinder. Zu dritt campen, meine Freunde. Und dann, ach, was soll ich da machen? Ich renne jetzt immer wieder raus. Immer wieder raus. Immer wieder raus. Ich krieg die Kretze bei so'n Leuten, ne? Warum sind so was immer dieselben? Das hör ich an, an, an der Stimme hör ich raus, ob die so ne Ficker sind. Ich krieg die Kretze bei so'n Leute. Leute, Leute. Ich, ich darf mich bei so was nicht aufregen, ne? Aber ffff. Ich platze. Diese behinderten Kinder. Diese behinderten Werkviecher, diese. Lachen sie wie die Irren, weil sie einen immer wieder wegcampen. Da, hier. Die sind immer noch da. Oh, Gott. Das sind so die richtigen Kinder, oder? Hier, aber Baujahr 1981, weißt du? Wenn er denn mal so alt ist, ne? So eine Scheiße. Wirklich. Wartet, Leute. Hier, komm, komm. Euren Namen nochmal. Seh ich das da durch? Ach, da oben. Ist einer. Hier, Players, Bombimwi. Da. Seht euch die Namen an. Alter, wat für Luschen, ey. Idiot, ey. Jetzt kommt die runter. Nö, kommen sie nicht. Aber auf den, gehen die auf den einen, der da, also ehrlich. So ein Schwachse, was machen die da für'n Scheiß? Oh, Leute. Es ist echt. Ich kann mir jetzt immer wieder den gleichen da holen und dann war's das am Ende, oder wie? Ne, das ist mir zu blöd. Jetzt bin ich Rook. Jetzt wird mich wahrscheinlich irgendwer jagen. Die NPCs zum Beispiel hier. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. 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 Uh.